Ich bin von Santiago angekommen und laufe mir ein bisschen froh und gucke mir ganze Sehenswürdigkeiten an. Also richtig nice, das Wetter ist nicht so gut, aber wir machen euch das Beste drauf. Wir waren gerade im Museum de la Memoria und das ist richtig nice gemacht. Es ist schön, also wenn ihr mal in Chile seid, müsst ihr da unbedingt hin, das ist richtig nice. Wir laufen jetzt ins Zentrum, da gucken wir uns dann alles an und ich nehme euch natürlich mit. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja! Wie viele... Wir sind jetzt ein bisschen zum Teilhauern gebaut, es hat richtig blödes Werteiligschule um hier rumzulaufen. Wie man im Hinterkopf sieht, man sieht nicht so weit. Und wir laufen jetzt noch ein bisschen rum. Durch Santiago. Und es ist gerade Sonntag hier. Und deswegen sind alle Läden zu. Und es ist eigentlich fast niemand da. Also ein bisschen kritisch, aber nicht so schlimm. Die Straßen sind fast leer. Und ciao. Musik Fotos phot AmI Mel wie M ist Paradeon I place my dreams among the stars While I'm standing on the pavement Spinning around, lost and found Just trying to make a statement Lift the weight on my shoulders Yo Leute, wir sind jetzt hier in Santiago immernoch. Gestern war ja nicht so gutes Wetter, aber heute ist es besser, also heute ist es echt schöner, deswegen gehen wir heute in so einen Sky oder halt so einen Tour, so einen großen, also so einen Kaffee oder so keine Ahnung, da kann man halt hochgehen, einen Aufzug und von ganz oben ganz Santiago sehen, wird hoffentlich richtig nice, ich hoffe man sieht richtig schön viel und danach gehen wir zur Prüfung, Station, dann fahren wir den Bus wieder nach Linia und dann war es auch das schon von Santiago und dann sage ich mal, Ciao, viel Spaß mit meiner Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.